moin leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile 22 video hier auf meinem kanal schön dass ihr mit am start freunde und ja freunde ihr wisst es natürlich donnerstag 19.30 tody stream eskalation es geht richtig rund wie ich habe richtig bock freunde gehen wir rein zusammen am donnerstag um 19.30 fängt der gute stream an ich stehe rein ins tody wird absolut wild freunde ja würde mich freuen wenn ihr damit am startzeit freunde ja ich habe es ja gestern schon angekündigt in meinem video oder und besser gesagt ea hat auch angekündigt tody kommt am donnerstag und da habe ich passend dazu jetzt das offizielle car design das hatten wir jetzt auch veröffentlicht auf deren social media kanälen und freude eine sache muss ich wieder direkt sagen dieses design es ist eine glatte zehn von zehn wenig so eine elf von zehn also ich kann nicht wenn ich das jetzt hier ein freunde also was sagt ihr dazu schreibt es in den kommentaren ich finde das goldene also hier das u-torti das sieht so geil aus aber auch das normale torti design alter junge ea wirklich also designs kann man nicht meckern generell nicht das ist wirklich immer richtig geil von ea ich finde es passt einfach so perfekt das passt immer so perfekt mit diesem kristall totti blau es ist einfach so es ist einfach eine elf von zehn es ist einfach eine elf von zehn absolut geisteskrank geiles design ich bin so ich freue mich ich freue mich von morgen ist es soweit morgen ist es einfach schon soweit dann ist schon donnerstag und dann 19 30 und dann gehen wir rein und dann um 20 uhr kommt das torti event freunde ich hab bock ich bin gehypt und wir gehen rein freunde wir gehen da zusammen rein genau also schreibt jetzt gerne eure meinung zudem design in die also zu dem kart design die kommentare zum offiziellen kart design würde mich was interessieren aber ich denke mal wir sind also mäßig allergleichen meinung weil es ist schon ist schon ziemlich geil hat er schon wieder sehr gut gemacht ja wie gesagt ich hoffe sie verkacken dass sie wenn nicht denke ich mal ist wirklich nicht weil todti ist immer somit das größte event in einem fiefer wobei ja und ich denke mal nicht dass ihr das verkacken wird also da wissen die schon selber okay dann müssen wir abliefern und ich glaube sie werden noch abliefern freunde des weiteres habe ich noch richtig gut irgendwo ich bin heute heute ist ja auch dfb pokal bayern gegen oder mainz gegen bayern in mainz und ich bin da im stadion freunde in mainz mit dem guten josh ja freunde josh ja ist auch mit am start werden beiden flog abdrehen und dann könnt ihr euch auf jeden fall auch auf dem blog freuen es wird dann wahrscheinlich ja vielleicht habe ich es donnerstag also halt direkt morgen oder halb freitag müsste muss ich noch mal gucken wie wie schnell ich deshalb erschaffe wenn dem ganzen schneiden und so aber es wird auf jeden fall im blog komme ich bin gespannt wie bayern spielen wird weil wir wissen die bundesliga lief jetzt nicht so gut ich hoffe mal dass der spielbukal besser läuft wir haben jetzt auch kannst du geholt sehr geiler transfer by the way fühle ich sehr ich finde unsere abwehr ist eigentlich sehr top gesetzt mal gucken wie das so wird gegen mainz morgen oder heute gehypt und hoffe auf den sieg ich hoffe auf den sieg und ich würde sagen wir gehen jetzt noch ein ins landesland event ich hatte jetzt hier noch mal irgendwo 90 plus wurde genau wo hier ja war jetzt bloß mal gucken was wir ziehen ich hoffe wenn ich hoffe auf kein tino dann kommen hier bitte kein tino tino ihren bruder tino ist auch mal wieder am start lang nicht mehr gezogen den mann naja musste mal wieder sein freunde star pass wird schwierig ich muss wahrscheinlich durch kaufen ich muss wahrscheinlich durch kaufen weil es wird sehr sehr radikal bekomme ich kann jetzt hier wie viel kostet eine stufe 500 alter ist ja richtig radikal da muss ich ich weil ich gerade obwohl jedoch sollte gehen da muss ich nur noch ja okay doch 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 sollte so sollte gehen okay sollte klappen ja wenn ich mir trockbar wahrscheinlich sein privat abholen ist ja noch was wert ich hoffe wenigstens noch so 30 30 werden halt schon geil ne trockbar ja der wird aber noch sinken ja mal gucken aber wie gesagt die kreis nämlich die sollte man auf jeden fall noch mal mitnehmen weil die sind eigentlich ja ganz schmackhaft so einfach um die welt können wir noch mal hier ein paar packs öffnen gucken ob wir ziehen ja gut mit wahrscheinlich wieder nichts barriere einmal gezogen kommt bitte die ein wochen wird nichts mehr das ding ist aber das ding ist over over and out da kann ich bonus noch mal ein bisschen raushauen können wir nun mal zu machen sechs packs öffnen und mal gucken was wir bekommen ja der kaka und pelicry nicht mit 80 der beste müsste selber freunde wisst ihr selber absoluter quatsch also freunde ihr wisst bescheid fahrplan habe ich euch bekannt gegeben wird eine wilde woche werden wir also generell die nächsten wochen werden absolut wegen dem toddy könnt ihr euch über freunde freunde ich würde sagen ich bin der stelle raus wenn euch das video gefallen hat könnt ihr sehr gerne ein like und ein abo da lassen und dann sehen wir uns ja auf jeden fall morgen hundertprozentig zum stream das ist klar noch 30 und mal gucken ob ich denke mal ich werde trotzdem noch mal ein video davor bringen unabhängig jetzt vom stadionvlog mit den spielern also was halt für was halt für spieler kommen beim toddy so wisst ihr die werden ja immer mittwochs bekannt gegeben und dann werde ich wahrscheinlich dann auch mal ein video hochladen dann wird wahrscheinlich der blog freitag kommt könnt euch freitag auf dem blog freuen genau von ich würde sagen dass gewinnt sein wie gesagt lasst keinen like das ein abo da die nächsten wochen wenn bild ich bin raus wir sehen uns morgen bis dahin haut rein und ciao